meine damen und herren in der bundesrepublik deutschland einen schönen abend wünsche gehen einen späten abend hier in harrowgate wir feiern das team der bundesrepublik hat zum ersten mal den grand prix gewonnen und wir wollen ihnen jetzt in einem kleinen interview einen kleinen bericht geben hier sind die geister noch an diskutieren ob wir in der bundesrepublik zu sehen sind oder nicht die herren in der tiefe meinen nein die regie oben meint ja aber was macht es hier stehen so viele leute die strahlen und glücklich sind und sie freuen sich ein bisschen mit unserem team denn es ist ja ein langer weg 27 mal die koffer packen und zu einem ziel fahren um dann eventuell die chance zu haben oder nicht und ein zweiter zu sein ist ja nun eine nicht so schöne sache erster 1982 hier in harrowgate nicole das lied der kleine frieden hat das große glück gebracht ja ich kann es noch gar nicht fassen ich habe ich habe es einfach gesungen und auf das ergebnis gewartet wir haben da gesessen und so gezittert und dass er dann gewonnen hat und das hat man ja gesehen am bildschirm ralf siegel viele lieder wurden für den grand prix geschrieben aus der küche bernd meinunger und ralf siegel aber jetzt hat es geklappt wir sind so glücklich und ich glaube es hat auch daran gelegen dass uns alle die daumen gehalten haben und ich möchte mich bei allen die zu diesem sieg im endeffekt mit geholfen haben seien es unsere freunde seien es die familie und sei es besonders auch meine mutter und meine familie herzlich bedanken jetzt muss ich auch immer aufstehen und hier ist die band die mitgespielt hat hier wird ja nicht gemogelt es wird live musik gemacht ihr habt tapfer gespielt viel geprobt eine woche lang war heute abend die stimmung die meinung dass um 21 uhr dass eine chance ist dass das klappen könnte das hat einfach unwahrscheinlich spaß gemacht heute abend hier zu spielen und die chance kann ich nicht sagen ich war einfach vorher dabei zu sein der meinunger hat den text gebastelt wie geschieht eigentlich so ein spiel in einer welt wo sehr viel englisch gesungen wird was man mit einem deutschen lied die chance hat eine tolle sache wo ist euch das lied denn eingefallen von dem bisschen frieden ich hätte so spät spät abends zu hause eingefallen darüber gesprochen was was bewegt uns was kann andere menschen auch bewegen dafür ist das ein dass es das thema ist was alle menschen moment bewegt und deswegen haben wir das lied geschrieben der dirigent gehört auch dazu hier ist der live die dirigenten sprechen wir ein bisschen weniger wie ist das eigentlich da sitzt nun ein riesen orchester wird das eigentlich voll ausgenutzt wenn man die arrangements schreibt oder ein bisschen frieden ist wahrscheinlich auch nur ein bisschen musik es ist so beim ein arrangement muss immer das lied unterstützen die atmosphäre des lieders wieder geben und ich hoffe dass ich glaube dass es uns doch einigermaßen gelungen wir freuen uns wahnsinnig hier dass wir da hier so gut abgeschnitten haben wir vom bayerischen rundfunk freuen uns auch dass nicole diesen erfolg hat denn sie ist bei einem nachwuchs wettbewerb des bayerischen rundfunks zum ersten mal vor die kamera gekommen und nicole hat man nun in allen erdenklichen varianten schon gesehen aber die nicole soll jetzt mal mitkommen zu ihrem papa und ihrer mama die hier drüben stehen und da ist noch der produzent aber erst mal die eltern ich glaube die kriegen jetzt ein bussi haben sie es geglaubt was sagen sie richtig angst gehört nein überhaupt nicht gar keine angst ja ganz ein bisschen geschwindelt ist nicht ein bisschen geschwindelt gar nicht schön alles mitgeschrieben und der fahrer auch also ich muss sagen ich war hier in hero geht ruhiger und gelassener wie in münchen wie war es bei der nicole wenn ich das jetzt noch zwischen mal rein fragen darf ich war vorher ganz ruhig war ganz gelassen habe meinem auftritt entgegengesehen ganz ruhig aber als ich fertig war und den großen applaus habe ich auch gespürt und ich war in dem moment sicher und als ich nachher auf der bank gesessen habe um jede minute die kamera auf ein zeigt und die die wertung losging dann saßen wir so jeder hatte das anderen hand in der hand und wir saßen so und dann zum schluss war es eindeutig und wir haben uns sehr gefreut ist denn das eigentlich wenn man da so rausgeht wir stehen hier nun auf einer bühne wo ich eigentlich mich nicht zu bewegen habe denkt man an diese 300 millionen fernsehzuseher denkt man an die 200 millionen rundfunkhörer ich habe vor allen dingen an an die gedacht die mir die daumen gehalten haben und das war ganz besonders meine familie die zuhause jetzt am fernseher sitzt und mir jetzt zu sieht es ist meine kleine schwester es ist der winfried der der werner und die omi sitzt am fernseher und der opa liegt im krankenhaus und und guckt auch fernsehen bei dem werden jetzt alle am bett stehen und gratulieren und mein bruder ist auch zu hause und alle die mir die da haben für ganz deutschland ich danke ihnen allen dass sie mir so viel hilfe gegeben haben dass sie heute abend zu machen jetzt wollen wir bei einsatz noch mit den leuten die die nicole gefunden haben sprechen sie sind herr jung der entdecker ich bin natürlich ungeheuer glücklich nach eineinhalb jahren das mädchen so weit zu haben wie sie heute ist mit fliegen zu hoch mein kleiner freund ging es ja schon sehr sehr gut an aber wo wir heute sind das ist ein traum ich kann nur davon träumen nach eineinhalb jahren dank ralps mitarbeit sind wir heute so weit und den wollen wir jetzt auch gleich noch mal was fragen ralf siegel wie ist das eigentlich wachs ist im letzten jahr hatte ein lied mit einem englischen text das ist jetzt ein lied zum ersten mal mit deutscher sprache wie weit kommt unsere deutsche sprache in die anderen bereiche der welt in die anderen grand prix länder oder wird er eben mit den fremdsprachen fassungen die es inzwischen gibt ein bisschen nachgeholfen wir haben eine spanische eine englische eine französische eine holländische version gemacht und ich glaube das hilft natürlich zum verständnis des liedes bei und nicole hat ja schon angedeutet dass es in allen sprachen gesungen hat und ich finde das in so einem moment nachdem er gewonnen hat dann noch das in all den sprachen zu singen das ist schon das ist schon toll und ich habe mich natürlich sehr gefreut weil die melodie klingt wahrscheinlich auch in anderen sprachen sehr gut ich empfinde es einfach ein großes glück ein mädchen zu haben das in so vielen sprachen eben wie viele lieder haben sie denn für deutsche grand prix vorentscheidungen im laufe der vielen jahre wo sie mitmachen geschrieben das sind unzählig viele gewesen aber ich bin nun beim siebten mal dabei gewesen und das in zwölf jahren und ich glaube es ist schon ein das glückliche siebte mal und es ist einfach wir müssen uns das vielleicht mal ansehen wir haben glaube ich die kamera gerade hier das ist also dieser gegenstand der naja wieviel wiegt er nicht zu viel aber der schweiß und die aufregung wiegt ein bisschen mehr da wird schon viel nervenkraft auch verloren ich kann mir vorstellen wenn man da so auf einem stuhl sitzt und das ist natürlich schon eine harte sache wenn das mit der tafel losgeht und die punkte da purzeln das bewegt ein innerlich sehr zumal wenn es mit zwölf anfängt und dann mit luxemburg mit null gleich weiter geht dann ist das natürlich ein hin und her heiß und kalt aber ich muss sagen dank unserer mitarbeit von allen hat es also so gut geklappt und ich freue mich eben auch für bernd und mich heute abend wir beginnen jetzt aufzuhören hier in harrow gates denn wir wollen jetzt feiern jetzt gibt es sicherlich viel whisky bier champagner der über den teich von frankreich rüber kommt das wird sicherlich eine lange nacht wir wünschen ihnen in deutschland in der bundesrepublik aus england aus herrho gate ein dankeschön fürs dabei sein in dieser späten stunde auf wiederhören gute nacht